In dieser Folge von Mythbusters Gehen Dinge so Und so in die Luft Adam und Jamie wollen herausfinden, ob das Unmögliche möglich ist Wer hat das vor uns geschafft? Niemand Ob ein Ballon aus Blei fliegen kann? Sieht gut aus Dann greifen Grant, Carrie und Tori zu einer Ladung TNT Um zu surfen Kann man mit Sprengstoff eine Surfwelle erzeugen? Wer sind die Mythbusters? Adam Savage Zeit für Wissenschaft Und Jamie Heinemann Ist das nicht toll? Zusammen haben sie über 30 Jahre Special Effects Erfahrung Geblutet Mit dabei sind Grant Imahara Verlass mich nicht Tori Bellaci Na so mögen wir es Und Carrie Byron Hochexplosiv und spannungsgeladen Mythbusters, das bedeutet Alltagsfragen und den allerletzten Mythen unserer Zeit auf der Spur und am eigenen Leib getestet Doch Was Ich bin